Kult-Hit und das Beste von heute Arabella Arabella Kult-Hit und das Beste von heute Arabella Kult-Hit und das Beste von heute Arabella Hier ist Radio Arabella, München Kult-Hit und das Beste von heute Kult-Hit und das Beste von heute Radio Arabella, München Das Winter für München und die ganze Region 5,5 Grad auf dem Weg ins Wochenende am Maria-Hilf-Platz In ein paar Städten im Landkreis Erding sind es ein bisschen über 4 Grad Starnberg meldet knappe 5 Grad In der Nacht wird es echt sapfig kalt, 0 bis minus 3 Grad Viel Hochnebel wird dabei sein, wenn der weg ist morgen Am schönsten und am schnellsten warm wird es an den Alpen bis zu 15 Grad Ja und dann variieren die Temperaturen im Dauernebel und im Dauergrau nur 3 Grad ansonsten dazwischen 5 bis 10 und von Sonntag bis Mittwoch viel Nebel, relativ kühle Temperaturen aber abseits der Nebelfelder schön sonnig In einer tropischen Regendusche vom Beda Schramm kann einem das Wetter übrigens wurscht sein Schramm.de Schramm, nicht am Schramm vorbei Volle Information zur vollen Stunde Radio Arabella Nachrichten Es ist 18 Uhr Guten Abend, ich bin Sonja Hahn Schnell und aktuell Radio Arabella Der zuverlässige Verkehrsservice für München und die ganze Region 3 Minuten nach 6 auf der A96 Lindau Richtung München Hier verlieren Sie 20 Minuten im 10 Verkehr zwischen Windach und Wörze Die meisten Glitzer für München und die ganze Region Am Ortseingang Erding von Tittenpofenkommend Achtung in den Ismaning beide Richtungen und in Garching in der Ortsmitte in der Kontrolle Radio Arabella, die Glitzer bei uns immer sofort Telefon, WhatsApp 4433 4433 Danke, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt überall Radio Arabella am Feierabend und hier ist Andi Karik Radio Arabella München, Kultitz und das Beste von heute Radio Arabella München Hier ist Radio Arabella München Kultitz Und das Beste von heute Kultitz und das Beste von heute Radio Arabella München Die 80er bis 8 Nur auf Radio Arabella Das Beste Der 80er Auf Radio Arabella Hier sind die 80er bis 8 Und ich spiele mit Leib und Seele die Hits der 80er Und da passt dann natürlich der Song mit Leib und Seele von Heinz-Rudolf Punze Das ist einer von 5000 Texten, die er bisher geschrieben hat Denn man darf nicht vergessen, dass er auch sehr viel für andere Künstler geschrieben hat Zum Beispiel für Hermann van Feen, Milva, Karel Gott, Hildegard Knef und Nicole Dann haben wir Musik aus dem Jahr, in dem die Rudis-Tagesshow mit Rudi Karel eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen war 1987 Da hatte William Pitt das One-Hit-Wonder City Lights Aber erstmal der Mann, dessen Vater aus Nürnberg stammt Billy Joel aus 1980 Don't ask me why Radio Arabella Kultitz und das Beste von heute Arabella Kultitz und das Beste von heute Arabella Schönes Wochenende Radio Arabella Das Megamusik-Wochenende Arabella Arabella Radio Arabella Radio Arabella sendet für München und die Region ein 24-Stunden-Programm Geschäftsführer ist Till Köhnen Programmleiterin Franziska Strobl Sie erreichen Radio Arabella unter der Telefonnummer München 4433 4433 Die Adresse Radio Arabella Paul-Heise-Straße 2-4 80336 München Und online unter radioarabella.de Die zuständige Landesmedienanstalt ist die Bayerische Landeszentrale für neue Medien Und nun weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm Arabella